Seit dem Ende der Closed Beta im März hängt das Schicksal des 90. Teils mal wieder in der Schwebe, begleitet von undurchdrohender Funkstille. Erneut haben viele Spieler Zweifel, dass das Spiel überhaupt noch erscheinen wird. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin überzeugt, dass das Spiel in dieser Form – oder irgendeiner hier auch nur annähernd Ähnlichen – nicht erscheinen darf. So wie ich es sehe, gibt es vier mögliche Zeitlinien, die vor uns liegen. Die erste wäre, dass das Spiel erscheint, wie es uns in der Closed Beta präsentiert wurde, mit einigen Verbesserungen, die aber nicht darüber hinwegtäuschen können, dass das Kernprinzip des Spiels völlig daneben liegt. Kritiker werden das Spiel zu Recht in Stücke reißen und das Siedler-Franchise wird locker für die nächsten zehn Jahre oder länger zu verbrannter Erde, die niemand anrühren will. Ein wahrscheinliches Szenario, aber nicht unbedingt das Wahrscheinlichste. Das zweite wäre, dass das Spiel erscheint, aber entgegen aller Erwartungen von Kritikern und Spielern geliebt wird. Das ist angesichts der Reaktion beider Gruppen auf die Closed Beta zum Glück sehr unwahrscheinlich, würde aber dazu führen, dass Ubisoft dieses Ergebnis mit hundertprozentiger Sicherheit fehlinterpretieren wird. Das Siedler-Franchise würde vom Namen her überleben und nach außen hin vielleicht sogar wieder Relevanz gewinnen. Aber in der Realität wäre das Franchise, mit dem ich und viele andere aufgewachsen sind, in dieser Zeitlinie unwiederbringlich verloren und nicht mehr als ein schick angezogener Zombie ohne all die Eigenschaften, die Siedler damals so spannend machten. Zeitlinie Nummer drei würde bedeuten, dass das Spiel ersatzlos gecancelt wird. Da Siedler 2022 bereits seit Jahren eine lebende Sunk-Cost-Fallacy ist, in die scheinbar immer mehr Geld gesteckt wird, damit die bisherige Investition nicht völlig sinnlos war, ist es nicht allzu unwahrscheinlich, dass Ubisoft doch die Reißleine zieht. Das Spiel hat ohnehin keine Chance, sie durch die wiederholten Neuentwicklungen entstandenen Kosten wieder reinzuholen. Die Variation dieses Ergebnisses wäre, dass das Spiel erscheint, aber unter einem anderen Namen, wie Kingdoms of Ontario, dem ursprünglichen Untertitel des Spiels. Ohne die Siedler-Namen wäre es weiterhin ein sehr generisches Fantasy-RTS mit sehr generischen Fantasy-Völkern und auch kein wirklich gutes, müsste sich aber auch nicht mehr mit den Spielen der Siedler-Franchises messen, die es allesamt übertreffen. Für mehr als eine Fußnote in der Spielegeschichte wird es trotzdem nicht reichen, wenn ihr mich fragt. Sowohl die dritte als auch die vierte Variante würden eine große Narbe auf dem Franchise hinterlassen, ihm aber auch eine kleine Überlebenschance einräumen. Siedler hat in gewisser Weise ein ähnliches Problem, wie es Star Trek hatte und zum Teil immer noch hat. Nach dem Release von Star Trek Nemesis im Jahr 2003 knammerte sich jeder Versuch, das Franchise fortzuführen oder zu rebooten, krampfhaft an den Kultstatus der Originalserie, weil die breite Masse zwar Charaktere wie Kirk und Spock und vielleicht auch noch Picard und Data kennt, aber mit Sisko oder Janeway nichts mehr anfangen kann. Das führte dazu, dass die 2009er Filmtrilogie noch viele der neuen Serien lieber die alten Charaktere und Geschichten neu aufrollen, statt neue zu erzählen. Erst 2020 kam mit der animierten Serie Lower Decks wieder ein Star Trek, das das Universum fortgesetzt hat, statt ein Prequel zu sein oder einfach Patrick Stewart wieder als PK ins Boot zu holen. Was alles voll in Ordnung gewesen wäre, wenn man vor lauter Nostalgie-Trip nicht vergessen hätte, einen Plot zu schreiben, der von Anfang bis Ende Sinn ergibt. Für Siedler ist es ähnlich. Wenn eines der Spiele sofort selbst für Laien erkennbar ist, dann Siedler 2. Für die ersten vier Teile ist eine klare Evolution erkennbar, die auch mindestens bis Siedler 3 so von Volker Wertig gewollt war, zumindest zu der Zeit. Das Material von Siedler 2019 lässt mich, wenn das eigentlich alles unter Wertigsführung anstand, eher vermuten, dass der Siedler 3 als seinen größten Fehler betrachtet. Wenn das so ist, bin ich sehr klar der Meinung, dass er da falsch liegt. Aber auch ohne Wertig kannte Siedler nach dem vierten Teil nur zwei Extreme. Spiele wie das Erbe der Könige, die nun vom Namen her ein Siedler sind und Spiele wie die nächste Generation oder Aufbruch der Kulturen, die gezielt Siedler 2 Nostalgie abholen sollen, wobei das im ersten Fall als Remake noch völlig legitim ist. Dazwischen scheint nichts mehr zu existieren und dabei bin ich überzeugt, dass eine Weiterentwicklung der Siedler 3 und 4 Formel der Schlüssel ist. Ein Siedler 5 Entwurf soll genau das beweisen. Siedler könnte genau das sein, was Ubisoft sich wünscht. Ein Live-Service, den man wie Anno regelmäßig mit DLC versorgen kann, für den auch eine Nachfrage vorhanden ist. Aber das hier ist definitiv so ein Fall, in dem kein Spiel besser wäre als ein schlechtes Spiel. Das Franchise ist beschädigt genug, nachdem er drei Hauptlinientitel damit verbracht hat, Siedler komplett umbauen zu wollen, statt es auszubauen und zu verbessern. Ein weiteres solches Spiel, nachdem es jetzt schon zwölf Jahre Pause nach Siedler 7 gab, würde das Franchise vielleicht vernichten. Aber wenn ihr mich fragt, müsste der erste Schritt ohnehin sein, eine tragfähige Beziehung zur Community aufzubauen, damit man eben nicht mehr blind an dieser vorbei entwickelt. Da versäumt Ubisoft bereits lange so einiges, aber das habe ich bereits in einem anderen Video dargelegt. Ich kann inzwischen nur noch hoffen, dass nicht die zweite Zeitlinie eintritt und am besten auch nicht die erste. Ideal wäre aus meiner Sicht die dritte oder vierte Zeitlinie in Verbindung mit konzentrierter Community-Arbeit, damit dann hoffentlich jemand, der versteht, worum es in Siedler geht und gehen sollte, irgendwann unter Einbeziehung der Community ein neues Projekt von Grund auf entwerfen kann. Falls euch interessiert, wie meine ideale Siedler-Fortsetzung aussieht, empfehle ich einen Blick auf meine Siedler 5 Entwurfs-Playlist. Aber ich wage es nicht mehr zu hoffen, wenn es um Ubisoft oder ihresgleichen geht. Und leider können wir auch nicht davon ausgehen, dass Ubisoft die Rechte am Franchise an fähigere Leute verkauft oder zumindest lizenziert, denn dann könnten ja andere davon profitieren.